Musik Sie wollen Polizeireporter in Japan werden. Wieso? Topio Mechushinboden hat 10 Millionen Leser am Tag. Die höchste Auflage in Japan. Die höchste Auflage in der ganzen Welt. Kein Ausländer hat jemals hier gearbeitet. Denken Sie, dass Sie als Ausländer anders behandelt werden? Sie haben nichts zu denken. Sie werden die Regeln befolgen und schreiben, um was Sie gebeten werden, wie jeder andere auch. Es gibt ein altes japanisches Sprichwort. Kish-Kaise. Kish-Kaise. Vom Tod auferstanden, zurück im Leben. Und was soll das heißen? Es bedeutet, sei nicht so eine Pussy. Wenn du einmal einen Gefallen der Yakuza annimmst, öffnest du eine Tür. Und wenn sie offen ist, ist es sehr schwer, sie zu schließen. Musik Könnte ich drüber schreiben? Ja. Ja? Aber dann müsste ich dich töten. Die Wurzeln der Yakuza reichen so tief, dass wir sie nie besiegen würden. Musik 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 Musik